Wenn man, also Isas äh, Isar in der Facecam, also die taumelt richtig, ne? Ja, ich komme gleich vom Stuhl. Ich denke, ich habe noch ein Standbild von vor zwei Stunden. Warte mal, wenn ich jetzt Play mache, bin ich gespannt, was dann passiert. Oh mein Gott! 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 Ey, ist das so schlimm, oder was? Oh mein Gott! Ey, der, der, der Kontrast, ich habe es gesehen bei Kevin. Oh mein Gott!